So haben die nicht ausgeschaut, so auch nicht, aber so haben die ausgeschaut. Okay, wir brauchen jetzt noch hier irgendwas, mit diesen Bartharen da. Und dann habe ich noch da nie gesehen. Keine Ahnung, wo gibt es den hier draussen, oder drinnen, oder wo? Wir liefern jetzt mal die einen kurz ab, bevor die uns schlecht werden. Wow, ich habe so viel Zeugs wie der echte, ich weiß nicht wohin mit dem ganzen Zeugs. Okay, ich habe den Kadaver, den will ich dir zeigen, dann haben wir Platz. Okay. Gut. Das Fisch habe ich hier. Und jetzt das Ding hier. Oh, man muss eine Sprengung machen hier, oder? Oh, man. So. 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 Mann, ist das ein riesen Ding, ey. Wo gibt es dieses Fischlein? Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich bin, doch hier haben wir den gefangen. Was zeigt das jetzt noch an? Okay, wo gibt es diesen komischen Fisch? Hier, really? Nein. Okay, wir fahren hier rein. Und nochmal geradeaus hier. Da ist der Flieger. Wir suchen immer noch diesen komischen Fisch. Hmm. Ich habe mich schon verfahren jetzt, ey. Keine Ahnung, wer da vorne ist. Da vorne. Der ist da hinten dran. Gibt es hier ein Fisch hier? Auch nicht. Nur nicht anstoßen her, bitte. So, jetzt wird es schon Nacht, ey. Vielleicht sind die Nacht aktiv. Ach. Er taucht urplötzlich hier auf. Okay, ab die Post zum Fischer, äh, zum Fischer, zum Flieger. Wo ist denn der? Da hinten ist der. Da hinten ist der. Da hinten ist der. Und der. Da hinten ist der. Geil. Hier nehmen wir den Köder. Oh, zwei Aale. Der schaut aus wie Aale. Ein paar Fische aus der Gegend, sagt er nur. Wir haben es gesehen. Jetzt fahren wir zuerst mal kurz nach vorne. Da kommt schon wieder gefährliche Musik her. Wo ist jetzt diese Station? Da ist sie. Sind wir so weit runter? Nein, das ist die eine. Was war jetzt das? Ein Rumpfbeschädigter. Mann, wo bin ich? Bitte jetzt nur kein Mischtier. Keine Ahnung, wo ich bin. Da ist unsere Falle, dann ist der hier hinten unser Dock. Ja, ja, ja. Schlimm Dock, da können wir noch nichts machen. Aber das muss man nicht reparieren, das Zeug hier, 30 Tonne. Und die Fische sind verrotet. Gut. Jetzt ist er noch verrotet. Okay, dann fahren wir jetzt zu der anderen Falle. Hier ist irgendwo. Mhm. Ein Fisch da rauf und links hinunter da irgendwie. Oder hier rein. Rechts und dann links runter. Das können wir auch probieren. Hier rein. Und hier hinunter. Anders sein. Kann sein. Nein. Da ist die Falle. Ja, ja, wir bringen uns sehr schnell in Sicherheit hier. Sehr schnell. Da kommt das Fisch, ey, schau an. Zack. Und Chips. Peng. Hat das abgeschossen. Wir holen hier die Bestätigung, dass wir es gefangen haben. Wir brauchen jetzt zwei Aale noch. Müssen wir nur schauen, dass wir diesen Fischer wieder rein irgendwie. Okay. Ohne in diese komischen Pilze rein zu düsen. Naja. Und. Der ist hier unten. So, bitteschön. fliege hier ist der kedaver und jetzt bestücken wir noch den letzten mit diesen zahlen die gibt es natürlich nur nachts jetzt warten wir mal auf die nacht das sind sie ja das ist genau der aal den wir brauchen wunderbar bitteschön hier nimm deine aale einmal an und wir holen hier den köder das wäre erstmal alles jetzt ist denn hier oh nein sicher alles hier jetzt verkaufen wir zuerst schnell diese zwei haale da bevor wir uns die wieder roten das ist gleich hier ums eck das ist in der nähe 150 das zeugs das ist nicht schlecht und die falle befindet sich jetzt ein bisschen komplizierter wir müssen da rein und dann irgendwie so in dieses eck rum zirkeln da rein hier rein hier rein und irgendwie hier rum hier ist sie ja hier ist sie ja unsere schöne falle schießt es ab id mit dem Mörser. Wahnsinn. Okay, wir holen uns die Bestätigung. Schauen noch nach einem Fischchen. Gut, jetzt gehen wir rüber zum Flieger. Wenn wir den finden, es ist nicht so einfach hier drin. Wir gehen lieber mal nochmal... Oh nein, oh nein, ich dachte ich kann da durchfahren. Noch nicht über Bord gegangen. Muss jetzt das noch sein? Wo sind wir jetzt? Wir müssen links rauf. Auch wieder Geld bezahlen für diese Reparatur. Dachte ich kann da durchfahren. Knochenhecht über Bord gegangen. Einer ist weg. Einer haben wir noch. Und äh... Nein. Dann Reparaturbitte. Und jetzt bringen wir das den einen her. Wir kommen, wir kommen. Mit dem Turbo kommen wir. Einmal durch den Bogen durch. Bitteschön. Das läuft sehr gut. Dankeschön, ja. Wow. Schimmernde Halskette. Das ist ein Relikt, nehme ich an. Das muss wahrscheinlich zum einen rüber. Mission erfüllt, Mission aktualisiert. Das war's dann wohl, schätze ich. Okay. Was willst du jetzt tun? Ich weiss es nicht. Er möchte weg. Aber er möchte doch nicht weg. Müderherstellung für mich. Wieso denn das? Für was denn? Was soll ich mit dem? Fähigkeit freigeschaltet. Köder. Wirf einen Köder ins Wasser. Um lokale Arten anzulocken. Oh, das ist noch schön. Gut. Braucht ein Fisch, dann würde er mir das machen. Das ist jetzt zuerst mal okay. Wir probieren das zuerst einmal aus, wie das funktioniert. Funktioniert. Gut. Mission abgeschlossen. Und wir gehen... Wir holen jetzt mal hier noch schnell die Fische raus, hier recht. Das wäre noch so eine Eisenplatte. Müssen wir unbedingt kaufen. Auf. Wie viel hat es hier noch? So. Hier. Hier hat doch gar keinen Platz mehr hier rein. Komm weg mit dem Zeugs. Raus jetzt hier. Und ich muss irgendwie jetzt zu diesen Eisenplatten kommen. Ja. Und für das gehen wir rüber. Und verkaufen jetzt erstmal alle diese Stiefel, Relikte und all das Zeugs. Manifestation und Tschüss. DTERNAST DTERNAST